Anfang der 30er Jahre erwirbt der Emmentaler Bauernsohn, Lehrer und Biologe Hans Müller zusammen mit seiner Frau Maria auf dem Möschberg im Emmental ein Stück Land. Ihr gemeinsames Ziel? Die Schaffung einer privaten Bäuerinnenschule und eines Bildungszentrums für Bauern. Die Bauernheimatschule Möschberg wird 1932 eröffnet. Maria Müller leitet sie. Im Schulgarten erprobt sie die Ideen und Vorarbeiten des natürlichen Landbaus von Mina Hofstetter und der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Ich glaube, das war der Hauptanstoss, warum ich diese Biografie über Maria Müller schrieb, dass ihr Mann gewürdigt wurde für all die Leistungen, die sie eigentlich vollbracht hatte und nicht sie. Und das wollte ich korrigieren. Maria Müller hat zu einer Zeit gewirkt, als die grosse Weltwirtschaftskrise war, als auf dem Land grosse Armut herrschte und wo man festgestellt hat, dass man auch Frauen bilden muss, damit sich wirklich auch die Situation der Familien auf dem Land oder auch sonst wo verbessert. Maria Müller hat erkannt, dass Frauen, wenn sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, dass sie dann eine wirtschaftliche Unabhängigkeit brauchen. Sie hat die Hausmutterschule gegründet, die den Frauen eine Möglichkeit gab, sich auszubilden und weiterzubilden. Und diese wirtschaftliche Unabhängigkeit, das ist leider auch heute noch nicht so gut der Fall, aber ich habe gute Hoffnung, dass sich das durchsetzen wird. Ich habe über bäuerliche Ökonomie gearbeitet und also geforscht, auch empirisch ganz viel in verschiedenen Ländern. Und mein Fazit war, das ist eine Bäuerinnenwirtschaft, eine Bäuerinnenökonomie, denn diese anderen Werte, die die bäuerliche Ökonomie unterscheidet zu der herrschenden, zu der Maximierungsökonomie, sind ganz wesentliche Bäuerinnenwerte. Und ich finde das sehr schön, wie in diesem Buch über Maria Müller auch deutlich wird, wie sehr dieses, auch im Selbstverständnis der biobäuerlichen Gemeinschaft kann man sagen und Organisationen, wie sehr diese Erkenntnis dennoch fehlt. Also sie fehlt im Sinne von Anerkennung. Und das ist das Tragische daran, denn immer wieder auch heute, und das sehen wir, der Bioanbau orientiert sich an der Kommerzialisierung, an den kommerziellen Werten und vergisst damit letztlich diese Bäuerinnenwurzel. Und es ist ganz deutlich auch, dass es wenn, dann sind es die Frauen im Bioanbau, die immer wieder auch ganz stark das vertreten. Also der Ökologie-Diskurs macht das wieder diese andere Sicht, wirklich zu sagen, es gibt bestimmte an die Physis gebundene und Gott sei Dank lebensfördernde und kooperationfördernde Werte und Fähigkeiten. Und die brauchen wir auch in der Landwirtschaft. Für mich hat Landwirtschaft auch sehr viel mit mütterlichen Werten zu tun, mit Pflegen, mit Hägen, mit Leben geben, Leben weitergeben. Und ich denke, auf diese Schiene können wir in Zukunft auch die Konsumenten viel, viel besser abholen, als einfach mit irgendwelchen Tonagen von Lebensmitteln, was einfach nicht sehr ansprechend ist. Im Verlauf meiner Forschungen stellte ich einfach immer mehr fest, dass da eine unglaublich grossartige, überragende Persönlichkeit am Werk war oder enorm vieles geleistet hat, was bis heute nachhaltig ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017